Im Endeffekt geht es darum, dass wir die Lebensgeschichte von Johnny Cash erzählen. Man kann das gar nicht schaffen, alles in Worten zu machen. Aber durch die Mischung mit der Musik, finde ich, erzählt sich auf einer zweiten Ebene noch ganz viel mehr über diesen Mann. Johnny Cash. Der Man in Black wurde durch sein Lebenswerk zu einer Legende. Bastian Sem hat sich an seine Fersen geheftet und interpretiert seine Songs unplugged, verknüpft mit Auszügen aus Cashs bewegter Lebensgeschichte. Ich bin mit Johnny Cash groß geworden. Also meine Mutter bzw. meine Eltern hatten auch nur eine Johnny Cash Langspielplatte. Aber ich erinnere mich daran, dass ich das, als er gestorben war, gerade, dass mir das schon einen ziemlichen Schlag versetzt hat, weil ich merkte, oh, da ist jemand gegangen, der wirklich was ganz, ganz Großes geschaffen hat. Und dann habe ich mich immer mehr da reingefuchst in diese ganze Geschichte. Bastian Sem hat seinen eigenen Zugang zu Johnny Cash gefunden. Er ist keiner von vielen Imitatoren oder gar eine billige Kopie. Ja, also ich habe mich da auch irgendwie, ich habe mich da nie so verglichen am Anfang und gedacht, ich mache einfach irgendwie, worauf ich Lust habe oder wie ich es sehe. Und deswegen ist das, was wir jetzt hier machen, schon was ganz anderes. Weil erstens ist es eine Lesung aus der Autobiografie, das ist schon mal was ganz anderes. Und dann eben besonders die Interpretationen des Songs sind sehr persönlich und sehr intim und in keinster Weise irgendwie eine Imitation. Und mit diesem Konzept fährt er gut. Er interpretiert alle Stücke auf seine Art und covert die Songs nicht einfach. Und dann ist es eine Lesung aus der Autobiografie, das ist schon mal was ganz anderes. Aber Sem gibt nicht nur ein einfaches Konzert in Gedenken an Johnny Cash. Zwischen den Songs führt er durch das ergreifende Leben des Ausnahmekünstlers. Es geht hier aber nicht um mich in dem Sinne, sondern es geht einfach mir um diese Person und was er geschaffen hat. Und ich finde, man muss halt den echten Johnny Cash irgendwie spüren können in der ganzen Sache, weil darum geht es. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich mit dem Abend habe, dass die Leute was erfahren. Wie gebannt lauschen die Zuschauer den Worten und Klängen von Bastian Sem. Und es gelingt ihm ein Gefühl zu vermitteln, das Cash den Zuhörern seines letzten Albums gewünscht hatte. Das Gefühl, bei ihm in seinem Wohnzimmer zu sitzen. Die Resonanz ist ja eigentlich überwältigend oft wirklich, weil die Leute das wirklich so toll finden. Und was mich dann manchmal wundert, weil ich denke, der Abend ist doch so sehr einfach. Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis an der Sache.